Yo! Willkommen zurück zu diesem mega geilen Spiel. Es macht so Spaß es zu Let's Playen. Es ist schon die fünfte Part, die ich jetzt hintereinander aufnehme. Und es geht los mit den Spiegel Cups. Oh yeah. Heute mit... Ach, werden wir nur nicht. Den Wario. Guck mal, wie der gegen das Auto schlägt. Das kann jetzt auch gleich komplett kaputt gehen im Pilz Cup. Die Achterpiste. Ja. Jetzt alles komplett spielverkehrt. Und noch einige Infos. Also wenn ihr das hier sehen werdet, wenn der Party hochgeladen ist, ist bestimmt erst, keine Ahnung, in ein paar Wochen, dann werde ich auch bestimmt schon ein PC bzw. ein Laptop haben. Soll heißen, nichts mehr abgefilmt. City Parks werden Namen bekommen. Die Beschreibung kann viel länger sein. Außer Mirrors Rekilol 32. Oh. Oh, das war lustig. Wie schlecht muss man sein? Der Tod war doch direkt vor mir. Und Wario schlagt nicht ganze Zeit den Scheißwagen kaputt. Ernsthaft. Oh, Daisy ist dagegen gefahren. Und dann kommt ja der fucking Blooper bzw. der Spritzer. Der Wichser. Der Phil. Oh. Kommt, Knochen zurück. Oh, ich hab dich getroffen. Bowser ist erster. Wario auch sehr selten als Kitty gezockt. Aber der ist nicht so schlimm jetzt wie Donkey Kong und Bowser. Also, dass ich nicht, dass ich die Charaktere an sich nicht mag. Ich mag die eigentlich schon. Vor allem Donkey Kong. Aren't we? Kommt bestimmt irgendein Teil irgendwann. Der erste. Vielleicht. Vielleicht auch nicht zu 100%. Keine Ahnung. Weiß noch nicht. Mann. Ich hatte dich doch fast. Mann. Ja, roter Panzer. Kurz. Kurz vor dem Ziel. Und Boss. Oh. Gut. Gut. Ja. Nein. Der Toad ist zu schnell. Oh. Nein. Ich hatte Windschatten. Und da hab ich Daisy nicht bekommen. Ach. Windschatten. Ja. Der wurde halt in Mario Kart DS erfunden. Der Windschatten. Yoshi Kaskaden. Sorry. Das war schlecht. Oh. Nein. Nein. Und. Okay. Keine Ahnung. Was ist Daisy da eben? Sie hat sich auf jeden Fall gefreut. Mit dem Pilz schaffe ich das doch, oder? Nein. Oh. 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 Mann ey. Und da unten sind Items. Ich war hier oben ey. Ich bin so behindert. So ein behinderter Honk ey. Alter war das knapp. Ich bin hier fast voll da reingefahren. Alter war das knapp. Ich bin hier oben. Oh. Fünfter. Yoshika. Nein. Fünfter ist eigentlich schon schlimm genug. Und dann kommt noch der war Luigi, ne? Warum bin ich da eigentlich runtergefallen? Ich bin da so billig runtergefallen. Zweiter und Sechster. Katastrophale Leistungen hier. Cheep, Cheep. Strand. Mal gespiegelt. Und was heute wieder in der Schule so abging. Keine Ahnung, ob ich das jetzt erzähle. Das war denn heute so. Stimmt. Also. Das war nämlich so. Montag. Also heute ist Montag. Und wir haben immer in der 8. Und der 9. Stunde Projektunterricht. Und es gibt mehrere Projekte. Und ein Freund von mir. Der. Okay. Sagen wir ein Bekannter. Also ich komme mit ihm eigentlich jetzt ganz gut klar. Der hat halt mir was erzählt. Und zwar hat er so einen richtig komischen Lehrer. Okay. Der hat gesagt, der ist geil. Weil der einfach so komisch ist. Der sagt immer so Sachen. Ja, heute ist der Tag. Oder. Kurz vor den Herbstferien war der Tag der deutschen Ampeln. Letzte Woche war der Tag der Männer. Heute war der Tag von. Pflanzen oder irgendwie sowas. Richtig komische Sachen. Oder der hat den Schüler gefragt. Woran denkt ihr, wenn ihr Deutschland hört? Dann hat der Lehrer gesagt, er denkt immer an Currywurst. Ja, nee, ist klar. Warum bin ich denn gerade so schlecht, ne? Guck mal, ich habe den voll weggecheckt. Fahre ich in den Bomben und der überholt mich wieder. Ich habe dich doch in die Hölle gecheckt, Junge. Sechster Mann. Jetzt wird mir erst mal bewusst, wie scheiße das hier alles ist, ey. Während ich über den Lehrer rede. Moment mal. Abkürzen. 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 Oh gut, dritter. Zweiter. Bowser ist gespritzt. Gespritzen sie mal langsam. Da fanden sie nämlich wie die behinderten Leute, die betrunken sind. Nein. Komm. Nein. Nein. Nix. Ja, Junge. Nein. Oh, nee. Ich trau mich nicht, weil ich, äh, ich lasse den immer kurz los und dann habe ich nur einen normalen Stand. Ich habe Angst, dass ich einen Fehlstart mache. Irgendwie in letzter Zeit. Also in dem Part jetzt. Oh, da gibt es nicht die Abkürzung wie in MK7. Da wollte ich schon fast hinfahren, aber dann wäre ich gegen die Mauer gefahren, bestimmt letzter geworden. Ich bin der erste, ich bin der erste, ihr kleinen Fotzen. Oh, nee. Oh, nee. Und, wie geht's euch so? Oh, ja, ist der gut. Und ich habe eine Red Shade. Mega geil. Ich hatte eben nichts zum Kommenzieren irgendwie. Okay, Bowser. Bäm. Ach, das ist mir auch mal passiert in dem Spiel. Kann ich euch erzählen? Ja, Stachik, klar. Da habe ich mal einen Blooper auf den ersten Platz genommen, habe ich ihn aktiviert und dann wurde nur ich abgespritzt. Von dem. What the fuck? Oh, Daisy ist vor mir. Obwohl, obwohl, obwohl. Okay. Ja, ein Stachik. Okay, okay, okay. Nein. Aber ich wurde nicht komplett hochgeschleudert. Ich bin nur, das war wie ein Ausrutscher auf einer Banane. Alter. Okay. 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 Wir fahren das Ding nach Hause. Wir werden hier Erster. Alter. Komm. Komm. Nein! Boah, nein! Wenn du noch einmal Ja sagst, dann fick ich deine Mutter. Sorry. Och, Kamera. War es jetzt den ganzen Part so scheiße oder was? Okay, ich hätte keinen Unterschied gemacht, wenn ich jetzt Erster oder Zweiter geworden wäre. Aber es war einfach nur ärgerlich. mehr oder so, so oder so Zweiter geworden. So, im nächsten Part. Ich nehme so viele Parts auf. Geht's dann weiter mit dem Blumenkarp. Oh, der ist so geil. Geht's weiter mit dem Blumenkarp. Tschüss!